Was geht YouTube? Hier ist der Marius aka ChorexTV und ich begrüße euch zu einem weiteren Video ja und zwar auf meinem alten Kanal und ChorexTV ist auch eigentlich schon mein Stichwort und zwar wollte ich ja nochmal ankündigen, dass ich den Kanal gewechselt habe ich weiß nicht irgendwie, der Kanal hier wird immer noch fleißig abonniert ich habe keinen Plan warum ja aber ich bitte einfach die Leute die jetzt wirklich noch Interesse an meinen Videos haben und die mich auch erst kürzlich abonniert haben ich schätze mal, ja die werden es dann noch machen dass ihr einfach den neuen Kanal abonniert und da kriegt ihr dann Stuff von mir ich meine, jo, das wäre richtig nice, wenn ihr das machen würdet Gameplay ist einfach hier so ein Ausschnitt aus dem Gameplay habe ich irgendwas genommen ich müsste hier nur kurz die Ansage machen und ja, ich fände es echt nice, wenn ihr auf den anderen Kanal kommt und mich da wieder weiterhin unterstützt weil ja, es sind halt wirklich nicht viele rübergekommen es sind jetzt 36 Leute ich würde mich echt freuen, wenn wieder meine, ja, ein Teil meiner Abonnenten wenigstens zurückkommen ich weiß nicht, einige haben das vielleicht nicht gesehen, das Video und deshalb einfach nochmal hier an dieser Stelle, jo, dieses Video und ja, also wie gesagt, geht auf den anderen Kanal ganz normal weiter ich habe ein bisschen mein Konzept geändert, dies, das und ja, also, ich habe auch wieder vor, Black Ops 2 also, habe ich nicht das Spieljahr, weil ich das einfach überhaupt nicht feiern und, äh, also bei mir kriegt auf jeden Fall dann MB3 zu sehen, die Stars und jo, also das neue COD, das, äh, weiß es gleich ich glaube, die Ghosts, genau das, äh, wird auf jeden Fall am Start sein dann, wenn es dann draußen ist und da war ja, BO2 feiere ich einfach nicht wirklich, weil ich hab mir das ausgeliehen und, ne, ist nicht so mein Fall, ich war zwar nicht wirklich schlecht und so, aber auch nicht was auf die Reihe bekommen aber, naja, also Gameplays, wenn ihr Gameplays von BO2 habt, könnt ihr mich natürlich auch senden, ja, die nehme ich auch dann und jo, also das ist ein Gameplay von mir auf PC, ich spüre mal mit auf PC also, normal bin ich ja PS3, aber, ja, hab irgendwie Bock, so auf PC und außerdem habe ich auch noch keine Aufnahmekarte zurzeit beziehungsweise, keine mehr, ja, ich habe die andere abgegeben, weil sie einfach scheiße war und von daher, ich kriege immer Abonnenten Gameplays und halt jetzt meine PC Gameplays, werden auch immer besser, ja also, wird, wird und, jo, das war's eigentlich schon von mir dann würde ich sagen, guckt einfach auf dem anderen Kanal vorbei, ob's euch gefällt und jo, genau das war's von mir ich kann nur sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal Einmal 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 Untertitelung des ZDF, 2020